Und jetzt wird die Runde bei den St. Pauli Landung drücken Nummer 3. Das ist die Adresse von Ambocks schönster Brauerei. Die Kumpferkessene so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen. Die Kumpferkessene so herrlich anzuschauen. Doch noch viel besser schmeckt das Bier, das sie hier brauen.